Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squirt Builder Battle mit dem Simeon, eurem Gamerbrother, Freunde. Heute wird es italienisch. Heute wird es teuer. Heute gibt es Bella Italia. Und zwar haben wir die FIFA-Legende und FIFA 23 Hero Food Fantasy Antonio Di Natale am Start. Darum muss man ein Team bauen, was noch zusätzlich 5 Millionen Münzen kostet. Di Natale kostet 2,5. Das heißt, wir haben ein 15 Millionen Di Natale SBB und mit dabei ist der gute Wakes. Was geht? Peace, Freunde. Wakesflex ist auch dabei. Wenn es um Coins geht, bin ich doch gerne dabei. Heute gibt es wieder dicke Discards. Ja, wichtig. Wir haben bei Tim auch was aufgenommen, Freunde. Checkt das ab. Lasst hier ein Like da für mehr Videos mit Tim. Für mehr 10, 15, 20, 25 Millionen SBBs Like da lassen. Ich würde sagen, wir machen die 10.000, oder? 10.000, dann gibt es die 20 Millionen SBB. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. So. Und ich hau dir direkt die ersten beiden Spieler raus. So ein Ding ist das, oder? Ich halte rein. Let's go. Ganz schnelle Welle. Ganz schnelle Welle. Magst du Perfect Links? Ja. Ich mag Perfect Links, aber sowas von. Und wir müssen ja ein paar Coins einfügen. Deswegen kommen wir jetzt auch ein paar Coins rein. Erstmal im Sturm auf Locker. 800.000 Münzen. World Cup Stories. Rashford. Auf Locker, ja. Auf Lock. Dann auf linke Seite. Bisschen teurer. Perfect Link dazu. Europa League. Manchester United. Mal gucken. Martial. 1,4 Millionen. Super. Ist kein Perfect Link. Strong Link merke ich gerade. Ja, sch***elabert man kennt ihn. Ja, ich habe einen Strong Link aufgeschrieben. Ich habe Zlatan Ibrahimovic und Raphael Leao. Ah, okay, okay, okay. Ich habe zwei schöne Karten im MS. Super Spieler. Super sehen sie aus. Der eine ist günstig, der andere ist teuer. Ich gehe rechts erstmal mit Baolo Dybala Man of the Match. Ich feiere diese Man of the Match Karten-Designs. Einfach schön. Im linken MS gehe ich mit Kollege Schülschuh. Wo ist er? Gillette Abdi Pelé. Ford Fantasy Hero. Aus der League. Abdi Pelé. Macht der gut. Okay, hat er schon zwei Heroes hier drin. Dankeschön. Äh, nee, nee. Ich bin mit Jayden gegangen. Sancho auch ein bisschen Manchester United aufgeschrieben. Und Benzema. Ich habe an Jayden gedacht eben die ganze Zeit. Deswegen dachte ich Perfect Link. Aber moin. Moin. Okay, let's go. Da am Mittelfeld. Hast du aufgeschrieben? Bist du ready? Ja, ja. Ich habe zwei von drei. Halt du mal rein. Komm. Halt du mal rein. Komm. Okay. Also wenn du alle drei hast. Krass. Krass, krass, krass. Ich gehe nämlich als erstes mit meiner Icon. Und das ist The Main Man. Zinedine Zidane. Ui. Welche erste? 94. Ah. Und dann machen wir weiter in der Serie A. Und in der Serie A sind am Start zwei Spieler von Untermailand. Und zwar Brozovic und Varela. Ah, Varela hatte ich auf dem Schirm. Aber ich dachte, ich gehe doch lieber mit den Perfect Links. Ein bisschen Vitinha, ein bisschen Fred und dann noch Guendouzi aufgeschrieben. Also ging in die Hose. Varela hat dieses Champs-League-Karte. Die sieht todesheftig aus, ne? Ja, Mann. Der ist gut. Okay, okay, okay. Möchtest du, Rainer? Du sagst drei von drei? Ja, ja. Das ist ganz krass. Alle drei. Auf Ansage auch. Auf Ansage. Also ich fange an mit meiner Icon. Zinedine Zidane. Ja, okay. Ja, dann habe ich, dann, okay, nice. Aber die 95er-Variante, nicht diese Geringverdiener-Variante. Oh, 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 tschüss. Nee, Spaß beiseite. Dann habe ich einen Spieler. Der ist auch super, kostet auch nochmal ein bisschen was. Ist N'Golo. Kante muss ich mir aber noch kaufen, die Special-Karte. Ich habe gerade nur den goldenen in dem Verein, warum auch immer. Stärk, ja. Und auf der rechten Seite, ja, Serie A brauchen wir jetzt auch ein bisschen, äh, Orzolini. Ja, ist am Ende nur einer geworden. Ich tue dir einen Gefallen. Kante brauchst du nicht kaufen. Was lavasst du? Kannst einen Bronze-Keeper machen. Kante, Pogba, Chiesa. Nee, muss nicht. Digga, es war so geil. Als Zidane sagtest, da wusste ich schon so, ja gut, dann kommt jetzt halt entweder Pogba oder Kante. Starke Sache. Ja, ich schwöre, da muss einer von den beiden kommen. Ja, habe ich mich direkt gut gefühlt. Ja, okay. Warte, Freunde. Ich tue so lange dann jetzt hier den Gold-Kante rein, dass ihr noch ein bisschen mitraten könnt. Und, ähm, dann tue ich am Ende den Bronze-Toe-Rüiter wahrscheinlich rein, ne? Yes, sir. Das sind die Tipps. Das sind die Tipps. Das sind die Tipps, die heute, ne? Die wir haben. Ich habe auch super Tipps. Ja? Ja. Ich, du, wer hält rein? Halt du rein, komm. Ey, du, weil das Leben so gut geklappt hat, oder was? Ja. Ich habe Perfect Link. Ja? Perfect Link? Ja, ich kann Tafel wieder runternehmen. Komm, Stück ein. Vamos, vamos, Argentino. Ich habe Acuna und Montiel. Das ist so ein kranker Perfect Link, ne? Wir haben schon so viele Leute gegen mich verwendet. Ich habe die noch nie aufgeschrieben. Ich habe Hakimi und Nunu Mendes. Richtig. Und richtig. Ja. Und ich darf meine noch raustun, oder was? Yes, bitte. Bitte. Also, auf der linken Verteidiger-Position. Ein Spieler, der auch Innenverteidiger spielen kann. Luke Shaw. Nein. Manchester United. Mögen wir. Liegen wir. Ich habe genau andersrum gemacht. Rechts Manchester United, Van Bissaka. Hast du aufgeschrieben gehabt? Sag, wie du rechts hast. Ich habe einen Non-Rare-Rechts. Also, das funktioniert nicht, dass du den hast. Wir müssen ja bei dir auf 33 Chemie kommen. Musste ich irgendwie dribbeln. Deswegen habe ich hier Saint-Pensée. Französische Aussprache. Saint-Pensée. Ist das ein Franzose aus Serie A? Franzose aus Ligo. Ich habe genau falsch rum gemacht. Ich habe links den Franzosen und rechts den Engländer. Ich habe Theo Hernandez. Und, ähm, Vomissaka. Hm. Macht er gut. Finde ich auch gut, dass du es so rum gemacht hast und nicht andersrum. Oh, wie ist es schön. Boah, ich spüre es aber auch krass. Oh, wir spüren es beide krass. Ich spüre es ganz krass. Schreibe auf, schreibe auf, schreibe auf, schreibe auf, schreibe auf. Ey, Bro, wie krass spüre ich es denn gerade? Bro, ich bin mir so sicher, dass ich dich habe, ne? Ja, ich bin ready. Willst du als erstes reinhalten? Ja, bitte. Ich bin Liebe sogar, ich bin Liebe sogar. Du hältst rein. Weil ich hab dich durchschaut. Ich hab dich durchschaut. Schau mal vor, du hast alle drei. Was ich da für ein Problem hätte? Dann hast du ein gewaltiges Problem, weil dein Team auch recht teuer ist. Erzähl. Meinst du, ich habe ein krasses Problem? Du hast ein gewaltiges Problem gerade. Also entweder hast du mich komplett in die falsche Richtung geschickt oder du hast mich komplett in die richtige Richtung geschickt. Eins von beiden passiert dir jetzt. Rechter Innenverteidiger. Sag es. Food Fantasy. Sag es, du hast mich in die falsche Richtung geschickt. Wichtig. Fernando Food Fantasy. Daneben steht Marquinhos. Und im Tor steht Donnarumma. Komplett daneben. Warum gehst du mit Marquinhos? Ich hab Mascherano, Romero und Ledesma. So gut. Ich darf doch gar kein Hero mehr benutzen. Ja, komm. Das ist das Ding. Das wäre natürlich auch wieder eine andere Sache. Ja, gut, schwer. Ach, Mann. Und ich war so happy. Ja, komm. Du hast mich, hast du auch gesagt, ne? Ja, komplett. Safe. Ist vorbei. Bastoni. Ja. Acerbi. Was? Perfect Link aus der Serie A. Nein, nein. Ich hab ihn vergessen. Scheiß, Lafond. Scheiß, Mester. Ich hab vergessen, dass er existiert. Perfect Link zu dem Rechtsverteidiger. Heute führen wir diese Perfect Links an. Das Short zu Rashford. Die beiden, die beiden. Einfach drei Perfect Links hier drin. Du hast es vergessen? Kim Pempe, Donnar, Roma, Lucio. So, Caniceres, komm rein. Du hast wenigstens einen Spieler getroffen, komm. Das ist ein Bruch hier im Mittelfeld bei mir. Aber Zidane kriegt das hoffentlich auch alleine hin. Ich möchte ihn nicht verlieren, sag ich ehrlich. Wieso hab ich da noch einen Hero aufgeschrieben? Du hast schon zwei Heroes. Wie dumm kann man sein? Ja, das tut weh. Mann, Digga. Vor allem, wenn man dann denkt, dass man einen durchschaut hat, dann tut doppelt weh. Zeig mal her den Lachs. Macht der gut. Großverdiener Zidane, merk ich. Lass es. Lass es. Lass es. Lass es. Oh. Antonio. Die Natale. Das war sogar die dritte Spielminute. Das war sogar die zweite. 1,59. Der Ball zappelt im Netz. Was soll die Sch***? Let's go. Ne, ne, ne. Nach hinten, der sich abdrecken lässt. Sch***, der hat hier gar keinen Körper, der Bro. Fast drei Minuten steht in 200. Wuhu. Ja. So ein Schmutztor. So ein Schmutztor. Let's go. Der erste Abschluss kann auch nicht zappeln. Oh mein Gott, das kann heute ein Vollbruch hier werden. Merkst du das? Oh, der lange Beine. Da. Oh. Da. Da. Nein. Und da musste der Torwärter ins Falsch. Ins zweite. Hälse. Ins falsche Ecke. Fuck. Das hat mich so auf Rashford's lange Beine konzentriert. Die waren so lang. Oh, kann er nicht. Kann er nicht. Oh. Kann er. Dreckig. 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 Und nehm ich mit. Ich liebe Drecks-Tore. Aber nur, wenn sie für mich sind und nicht gegen mich sind. Das ist krass. Hab ich schon mal irgendwo gehört? Das ist krass. Ganz und gar nicht. Ganz und. Oh. Gott, love. Und da. Oh, ist das ein schöner Ball aus dem Fußgelenk. War das ein schöner Ball aus dem Fußgelenk. Brett den einfach rein. Und warum er mit der 4 auf dem Rücken. Den wollte ich rausziehen. Mann, die Baller, du. Genau, den wollte ich rausziehen. Und. Oh nein. Ey, jetzt krieg ich ein Gegentor wegen dem. Oh nein. Ja, nicht schön. Die Baller ist der Beste. Die Baller? Dankeschön. Mein zwölfter Mann. Oh, war das auch wieder ein Wakes-Plessy. Stefan hat Akuni ja eine Glatze. Was ist denn das? Hä? Das ist falsch, das Spielerprofil ist. Hey, safe. Das ist von diesem Moi oder so Spielerprofil. Ja, der ist drin, richtig. Weil du den nicht Geringverdiener hast. Ich hoffe, der Geringverdiener. Wichtig. Lupf. Rot, bitte. I. Ich distanzier mich von diesem Pall. Ich hab's nicht verdient. Ich hab's nicht verdient. Es geht so schnell. Du führst 2-0. Ich dreh 3-2. Warum es führst du wieder 4-3? Was passiert hier? Das Spieler hat mich gerade für ein rotes Teamfinish belohnt. Lass mich nicht drüber reden. Okay, so. Ja, aber was ist denn auch mit meiner Verteidigung? Also die wollten auch, dass du diesen Pass spielst. Die wollten das so sehr. Die haben das so angeboten. So, mach, mach, Bruder. Geh durch, komm. Die haben Titico gewettet. Zwei Tore unterschied. Ja, wenn ich... Er pfeift wirklich ab. Das war doch nur ein Zwischenpass. Ja, gut. Zwei Discards. Nehmen wir ab. Nimm den Bronze und den Non-Rare. Das wär's jetzt. Broski. Äh. Mach's, aber mach's mit Mitleid, okay? Okay. David. Dann nehm ich komplett hoch. Entweder mit Mitleid oder so komplett. So die beiden Besten direkt. So sechs Millionen einfach so. Zwei Spieler. Ich glaub, ich geh in zwei andere Mannschaftsabteile. Ich geh, ich piek mir überall was raus. Ich hätt als erstes gern den linken Stürmer. Und auf unauffällig nehm ich einen rechten Mittelfeldspieler. Oh, so... Oh, so... Das war mein letzter Switch, glaub ich. Ich glaub, das war mein letzter Switch. Ich hätt's einfach so lassen sollen. Die Natale. Oh! Die Natale. Die Natale. Und Luke Shaw. Die 5,84er SPC. Richtig. Hey, komm. Weg sind sie. Ja. Tut weh, Freunde. Ich wollte sagen, wir sind raus. Es wurde diskartet. Auch bei Tim auf dem Kanal. Schaut's euch an. Wir sagen noch nichts dazu. Lasst hier ein Like da, wenn ihr's gefeiert habt. Tim, du hast die letzten Worte. Worte rein. Freunde, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr mehr Coins sehen wollt, Daumen hoch da lassen. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.